Ah ja, bald der Hoffnung war es, genau. Also, ich habe zwar ein bisschen vorgearbeitet und hätte gerne zwei Dinge an einem Tag erledigt, aber das sind ja tatsächlich zwei Endgegner. Ich wollte schummeln und wollte mich informieren, wie ich die platt mache, aber hat mal wieder keine Zeit. Und jetzt mache ich es einfach so aufs Geradewohl. Und zwar, diese langhälsigen Gänse-Komoranen, was weiß ich was, Viecher, die hatten blaue Hälse. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einfach nur total irgendwie zusammenklamüse oder ob das vielleicht sogar was zu bedeuten hat. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal locker floggisch davon aus, dass die vielleicht durch blaue besser gekillt werden können. Weiß es natürlich nicht. Ist aber auch wurscht. So, ich bin mir nicht sicher, ob der Fliegefuzzi schon wieder irgendwo hier rumgammelt. Deswegen gehen wir mal hier mit denen auf Tour. Bingo. Ja, ja, hier. Drauf! Drauf! Jawoll! Hol's, ne? So ist er fein. Perfekt. Geht ihr mir nicht auf den Keks hier. So, ihr dürft den wegtragen. Nicht so nah ans Wasserrand, bitteschön. So, ihr dürft auch noch mal mitkommen. Hallo? Danke. So, wir müssen erstmal noch den hier platt machen. Eigentlich, weil der mir hier sonst ein bisschen blöd die Viecher wegplacken könnte, die hier mit dem ganzen Loot hier vorbeikommen. Ja, bitteschön. So, wie ist es hier? Da ist noch so ein klein Vieh, oder? Ja, genau. Ja. Mitnehmen. Sehr schön. Was ist denn jetzt los? Was war das? Was war das? Keine Ahnung. Versucht, ihr bleibt hier. Lasst euch bitte nicht fressen von dem, der da noch pennt. So. Sind keine Roten gefressen worden, doch. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt den ganzen Tag nur für die Riesenmoppel da veranschlagt. Ich hoffe, ich werde mich damit jetzt nicht völlig verkalkulieren. Vielleicht reißen wir dann auch noch wenigstens die Mauer ein. Das kann natürlich auch sein. So. Durchmahnen wir auch noch platt. So. Wieder alle mitkommen. Das hier wird jetzt ein bisschen kaniffelisch. Weil da hinten ja auch noch ein paar hocken. Sehr schön. Das dauert ein bisschen lang. Wieso? Mitkommen! Mitkommen! Das hat ein bisschen lang gedauert jetzt. Vor allen Dingen hat er viele gefressen. Irgendwie wollte der SAUER! Der geht ja gar nicht tot. gut. Nochmal. Gut. Wer ist denn da hier die ganze Zeit am labern und am Mimimi machen. Das sind die hier, okay. Gut, alles klar. Das hat jetzt ein Haufen Leute gekoscht. Aber die können ja jetzt wieder ihre Brut zusammenraufen. Ah, okay, nee. Das funktioniert ja nicht hier. Die roten will ich nicht dabei haben. Upp, verkehrt. Ich latsche die verkehrte Richtung. So. Die können wenigstens alle durchs Wasser. Was macht der jetzt schon wieder hier? Ich glaube, wir sind auch zu wenig, oder? Weiß nicht. Warte mal helfen. So, Schossel, komm mit. Jetzt drei Dussel mitkommen. So. Es sind nur 40. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Warte mal, 29? Moment. Wieder was? Wieso nur 29? 20 hat er doch mindestens 40 rausgezerrt. Okay, warte. Nee, warte, 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 warte. Ihr bleibt hier. Ihr sollt hier bleiben. Ach, hier. Das sind elf gewesen, ja. Dann stimmt wenigstens das. Oh, wie ich das hasse. So, das sind ja jetzt zwei von den Viechern gewesen. Ach, du Dreck. Nee, das reißt nicht wirklich was. Also irgendwie? Nö. Was zum... Okay. Achso, äh. Ach, den muss ich auf den Kopf schmeißen. Ach, den muss ich auf den Kopf schmeißen und dann können die was reißen. Weg, 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 weg. Das ist aber... Echt so... Vor allen Dingen mit der Koordination ist das hier echt kack. Vor allen Dingen, ich treffe die ja gar nicht, den Kopf. Was zur Hölle muss ich denn da machen? Ja, jetzt hör auf, da unten dran rumzukloppen. Wenn's nicht geht, geht's nicht, du Honk. Auf den... Auf den Kopf? Ich glaub, wenn ich die auf den Kopf drauf schmeiß, dann schon. Das Problem ist nur, ich treff da nicht so wirklich. und vor allen Dingen, das dauert ewig. nett mit mir, dass ich die nicht treffe. Die fressen so viele und die regenerieren sich ja auch wieder, wenn ich wieder weggehe, ne? Okay, irgendwie ist das scheiße gelaufen. Also ich hab schon verstanden, dass ich die auf die Fresse drauf schmeißen muss. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob's an meinem Augenmaß liegt, dass ich das nicht hinkrieg, die tatsächlich zu treffen, weil ich hier mit 3D völlig überfordert bin mit der Perspektive. Und weil ich halt auch kack schießen und zielen kann. in der Bar nix sowieso. Okay, also das mit dem Mauer kaputt kloppen, kann ich nicht. Kann ich nicht. So, nochmal hier mal ein bisschen. Ach, das sind ja schon wieder Gelbe dabei. Und der Dach ist schon fest. war da fast wieder rum, eh. Könnte ich die Krise kriegen. So, das bringt wahrscheinlich einen Scheiß, wenn ich die jetzt nehme, um wenigstens hier nochmal die Wude freizumachen. Aber wenigstens habe ich das Gefühl, dass ich was tue. So, hier, alle drauf. net komm. Wenn ich die nämlich schnell raushol, dann ploppen die nämlich in der Zwiebel statt außen. Kann die nämlich hier draußen gar nicht gebrauchen. So, jetzt gucken wir mal, ob da mal doch noch irgendwas rocken. Haut los ab. So. Okay. Weg. Das Problem ist halt, das sind unfassbar viele Hälse und Schnäbel und das ist halt ein Problem. Okay, hier dürfen noch ein paar sich was greifen. So. Wo bleiben die Alpen? Das sind doch keine 80. Wo seid denn ihr wieder? Ja. Hey, der Witzker. So, jetzt hier. Ich bin leicht ranzig, ich weiß, aber... Ja, jetzt kloppen die sich auch noch. Ja, dann auch mitnehmen, ihr Onks. Was habt ihr denn mit dem Vieh? So viel zu... Ja, um die Uhrzeit kannst du es vergessen. Ihr macht ihm doch eh keinen Schaden. Das ist jetzt wirklich nicht so gelaufen, wie ich gerne gehabt hätte. Also, das machen wir jetzt wenigstens noch auf die letzten paar Minuten... Wenigstens noch das Ding hier kaputt. Ja, hier. Schlepp heim. Da liegt auch noch so ein Drops. Ach, ja. Okay. Wenn ich jetzt morgen hier wieder Gegner habe, kriege ich die Krise. So. Haben wir da hinten noch irgendwelche... Ja, da hocken zum 2 auf die Fresse geflogen. Okay. Okay. Gut, ich habe ja jetzt... ...das Ganze... ...für Dings geh... ...für Dings geh... ...für den Tag hatte ich ja gespeichert. ... also... ... ... ... ... ... ... ... Das muss echt... ... muss ich nicht kapieren. Ich habe jetzt alle hochgeschickt und trotzdem rennt mir noch einer hinterher. So. Wie ist es? Irgendwo hockt noch einer. Irgendwo. Wo ist denn der? Ah, der ist doch weg. Okay, ich dachte schon. Nee, das ist die Zwiebel, die ich gesehen habe. Bin ich zufrieden? Bin ich nicht zufrieden? Ich hätte mit viel mehr dorthin gehen müssen und ich muss den Drecks Schnabel treffen. Machen wir nochmal. Da mache ich echt meinen Druck da dran an dem Tag hier. Normal. Ich weiß, es ist Sinn des Spiels, dass man alles mal durchtestet, alle Wege mal abgeht und dann den idealen Pfad wählt und am effektivsten arbeitet. Aber, ja. Das ist genau die Schwierigkeit, die ich mit dem Spiel früher auch hatte. Das ist nicht so meins. Ich finde das nervig, immer alles nochmal zu machen. Ich bin kein Perfektionist. Wenn es nicht perfekt ist, ja, dann ist es halt nicht. Aber wenn es überhaupt nicht funktioniert, ist es eher nervig für mich. So. Wo müssen wir hin? Da hinten lang. Hier lang, oder? Ach nee, das sind die. Ach, schau. Wenn man geplant hat, ist auch geil. So, jetzt hoffe ich, dass dieser Fliegefuzzi wieder kommt, damit wir das schnell abhaken können. So geht das. Ganz schnell. Okay. Mitkommen. Was heißt das? Ich hab das Mistvieh. Jetzt geht das Dreckvieh. Haut einfach ab. Ah, nein. Und der wird wach. Der wird wach. Alle mitkommen. Alle mitkommen. Alle mitkommen. Leck mich am. Jetzt ist der Stiegbock auch abgehauen. Greifen, greifen, greifen. Donner Kiesel. So, der greift sich jetzt aber vielleicht eventuell meine, ne? Die hier irgendwo rumrennen. Das möchte ich dann zwar auch nicht, aber das kann ich jetzt nicht verhindern. Da ist er schon wieder, der Sack. Die Sau haut einfach ab. So, greifen, greifen, greifen. Drauf, drauf. Wenn er in der Luft ist, dann kann er wirklich nicht mehr abhauen. Ah, Donner. Der hat mich jetzt echt ein bisschen... Der hat mich genervt. So, alle. Alle, 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 alle. Truf, 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 truf. Machen. So, sind sie noch irgendwo hier? Ne, die sind alle bei mir. Okay. Hier hockt natürlich einer im Eck. Ähm. So, das sind zu wenig. Ich brauch mehr. Um da hinten was reißen zu können, brauch ich mehr. Ihr müsst alle mit. Ich hoffe, dass ich diesen Tag jetzt wirklich mal durchkriege, weil dieser Fliegefuzz hier geht mir so auf den Zünder. Allerdings ist es ja wahrscheinlich auch so, dass es so wie mit den anderen ist, die dann trotzdem noch mal auftauchen. Das kann natürlich auch sein. Das wäre richtig blöd. Gut. 75 habe ich von denen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Von denen habe ich wie viel? 25? Das habe ich ja schon 100 hier. Ah, perfekt. 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 Gut. Dann gehen wir mal hier die restlichen abmurksen. So, ist wieder jemand hinter der Mauer hängen geblieben? Ein roter. Der kommt hoffentlich hinterher. Hängt er immer noch da unten? Nee, ich bin ein bisschen näher geflatscht. Ach, jetzt haben sie es wieder mit der Blume, die Dappen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, erstmal den Kleinen da. Und dann alle auf die Großen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das möchte ich genau so haben. Mitkommen. Da, alle mithelfen. So, warte mal. Hier geht es gleich auch rund, oder? Nee? Nee, die brauche ich eigentlich nicht. Das wäre eigentlich besser, wenn ich... Wenn ich die von der anderen Seite schnappe. Das sind nur zwei. Hier wären es drei. Plus noch die zwei. Das ist zu viel. Die ist zu viel. Hier sind ja wahrscheinlich welche schon... Nee, die sind noch gar nicht da. Nee, die sind noch gar nicht da. Die sind noch gar nicht da. So, wie viel haben wir denn hier? Okay, er müsste das eigentlich reißen. Sehr schön. Bitte, alle mitnehmen. Hier jemand? Nee. Mache jemand auch noch Fahrschein? Ja, helfen. Helfen. Gut, gut. Wir haben die Hälfte des Tages. Okay. Alles klar. Okay. Ja, dann nimm's auch. Funk. So. Jetzt. Alle rein. Da sind noch ein paar rote dabei. Wie immer. So. Und jetzt so viel blau wie möglich. Okay. Sind die roten noch nicht zu Hause oder warum? Okay. Irgendwo fehlen noch welche. Kann das sein? Ach, die hängen da hinten. Okay. Gut, die kann ich beim Rückweg, kann ich die wieder mitnehmen. 91 müssen's dann halt tun. Ihr steht da alle so irgendwie komisch rum. Gut. Alles klar. Seid alle da? Da ist auch keiner von dem Neuankömmling oder so. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch das Tütchen da wegplacken. Und ab dann wird's Problem. Also. Ich muss jetzt mal üben, wie ich zum Geier das auch richtig in die korrekte Richtung schmeiß, das Viehzeug hier. Ihr Dappes habt's natürlich nicht korrekt geschoben, weil eigentlich einer ist mal wieder auf runtergerutscht. So. Die müssten noch... Nee, über die Kante kommen sie nicht drüber, ne? So. So. Also. Okay. Ihr kommt bitte mit. Mitkommen! Ihr kommt. Mitkommen. Kommt ihr jetzt bitte auch mit? Na? Wird das heute noch was? Okay. 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 Jetzt sind schon wieder welche runtergefallen. Meine Fresse. So. Okay. Ich muss mich auf einen konzentrieren. Ich kann das jetzt nicht mit beiden machen. Okay. Oh, fuck. Okay. 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 Ich krieg die Scheiße einfach nicht hin. Mann, ey. Das nervt mich wie Teufel. So, jetzt aber. Hopp, komm. Den triffst du doch jetzt. Ich hab dich genau im Visier verfugt. Ich treff genau drüber. Anstatt dass ich den Kopf treffe, treffe ich drüber. Boah, ey. Der ist kurz vor... Knapp, der da. Genau, wie der da. So. So. So, ich bin gleich tot. Weil ich verflucht nochmal den Stinker nicht treffe. Du sollst den Käse nicht wegtragen. Jetzt. Meine Güte. Alter. Das war echt... Wie viel habe ich denn jetzt... Wie viel hat denn das gekostet? Meine Güte. Erhauwe. Erhauwe. Sollte mich drüber freuen, aber ich bin heute ein bisschen knätschig anscheinend. So. Jetzt. Arschgeigen hier unten. Ich bin so eine fiese Sau, ich weiß. Ah. Ach so. Alle. So, ihr zwei dürft dann das hier tragen. Heute noch. Und ihr könnt hier helfen. Geht das überhaupt? Ne, ne? Was ist denn jetzt los? Wo war... Wo war... Wo war denn hier eben Terror? Wo ist denn hier Terror? Irgendwo ist hier Terror. Ich habe doch was gehört. Irgendwas ist hier... Balaba de Miki. Ich höre es doch. Sind die jetzt im Wasser verreckt, weil da irgendein anderes Vieh noch ist, oder was? Oder sind es drei? Nein. Bestimmt sind es drei gewesen. Ich meine, es war ja ein großes Gebiet, ne? Von daher... Das ist hauptlos, es waren wirklich drei. Oh nein. Ja, komm. Ihr dürft hier noch ein bisschen was lynchen. So, und zwar... Wie ist denn das? Ähm... Ne. Genau, ihr. Ihr dürft das hier tragen, weil von euch habe ich jede Menge... ...gelünscht kriegt. So, ihr dürft hier auch noch ein bisschen was lynchen. Ja, hochmach. So, wer bestimmt denn jetzt von euch beiden? Der Rote oder der Blaue? Wo das hinkommt? Okay, da sind keine... Tatsächlich, da muss noch einer gewesen sein. Verdammig. Vielleicht sogar noch zwei Paare oder so. Ach Gott, das kann ja heiter werden. Das ist ja dann mega-Infos. Der hat ja jetzt schon... Die zwei haben ja jetzt schon jede Menge gefressen. Was soll ich denn dann erst machen, wenn da noch ein paar von denen sind? Ich hatte eigentlich nur einen Tag veranschlagt, aber ich glaube, das braucht zwei. Vor allen Dingen, es sind ja dann auch wieder die ganzen anderen Gegner wieder da. Schande. Rumheul. Ah, der Söhne. Ist das ein Stress? Ein wahnsinnig stressigste ist für mich. So. Sind da noch irgendwo welche? Nö. So, pass auf. Ihr dürft hier noch das hier kaputt machen und reintragen. Hä? Warum trägst du denn das? Ja, man wollte gerade sagen. Also, hä? Wollt schon maulen. So, ich brauche die ja gar nicht einzusammeln, merke ich gerade, weil... Ich komme ja am nächsten Tag sowieso nochmal her. Boop, 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 boop. Okay. Sonst ist hier nirgendwo einer, ne? Ah, verdammt. Ja, ich war nur im Anfangsbereich. Wer weiß, wie viele das da sind. Ach, du Schande. Ich glaube, ich habe jetzt auch nur noch 100 blau, oder? 103. Hatte ich mir anders vorgestellt? Okay, ich kann ja... Ich habe ja die... Den 15. Tag habe ich ja zweimal als Kopie, von daher... Ne, einmal als Kopie. Wenn die jetzt nochmal neu laden, kriege ich einen Anfall. Wenn das nur einer wäre, wäre das kein Problem. Aber bei zwei bin ich vollkommen überfordert. Und die haben ja eigentlich gut was gerissen, solange ich eben auch die Fratz getroffen habe. Andererseits komme ich ja mit anderes farbigen Pikmin da nicht durch das Wasser, wenn die blauen schon dauernd reinfallen. Also ich muss ich das mit denen wahrscheinlich machen. Und deswegen... Es dauert aber so lange. Kleiner und großer, knolliger Buntkäfer, die am häufigsten Vorkommen der Spezies dieses Planeten sind äußerst bissig, obwohl sie sehr harmlos aussehen. Sie greifen die Pikmin mit ihren kräftigen Kiefern und verschlingen sie mit einem Biss. Angriffe von vorne enden übel. Angriffe von hinten oder auf die Beine sind dagegen erfolgreicher. Jupp, das hat man gemerkt. Solange es halt ganz viele sind, ist es dann auch kein Problem. Also auf sie mit Gebull und so. Also von den roten habe ich jetzt definitiv genug. Die müsste ich dann in irgendeinem anderen Areal, könnte ich die dann vielleicht gegen blaue tauschen. Aber wenn ich jetzt hier total wieder weggehe, dann... Ach... Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 du. Wie macht man das? Das machen wir anerst da. Auch wenn ich mich jetzt vielleicht verzettel, ich werde tatsächlich das andere Vieh mir jetzt mal vorknüpfen. Das gefällt mir gar nicht, dass ich die zwei Sachen, dass ich wenigstens nicht eins am 15. Tag hingekriegt habe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist der Ausgang, das ist der Ausgang. Ach, scheint schon wieder falsch. Ach, hier ist ja gar keiner. Das ist ja praktisch. Noch. Vielleicht kommen sie. So. Ihr bleibt bitte da oben stehen. Ja, von mir aus könnt ihr da an dem Zeug rumzutzeln, das ist mir egal. Dann hole ich jetzt ein paar blaue. Hätte ich eigentlich mitholen können, aber egal. Ich höre irgendwie Terror. Wieso höre ich jetzt Terror? Wo ist hier bei Lava die Micke? Wo höre ich das? Ah, das ist wahrscheinlich der andere Stingy da, der kleine, der hier rumrennt, wo sie auch versucht haben, sich mit dem zu prügeln. Warum auch immer. Dieser Smaragd-Käfer oder was das ist. So, ihr kloppt euch jetzt bitte da drum. So, ihr seid hier alle... Ach, du sollst doch mithelfen, Schatz. Ich hatte vorhin, hatte ich 40 da dran, ne? Gut. Ja, das ist so eine doofen Arbeit nebenbei eigentlich, ne? Hätte ich mal vor machen können. Weil da ist, glaube ich, jetzt ja auch noch eine große Wand. Vor allen Dingen eine schwarze Wand. Die braucht auch ein bisschen länger. Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen runterkommen. Vom genervt sein. Sagt, ihr bleibt bitte hier. Ihr kommt alle. Was hat denn da vorne an der Schnute? Ach nee, das sind Augen. Kommt, ihr bitte. Helfen. Ist hier noch irgendwo einer runtergefallen oder so? Nö. Das dauert aber auch sehr lange. Wie will ich denn an das Vieh ran? Das ist, bei den anderen wusste ich halt wenigstens, wie es geht. Aber bei dem? Spinne. Ob der ein Netz schießt? Mit dem komischen Rüssel-Schnauzenteil? Das macht Sinn, ne? Wäre sinnvoll. Ich glaube, die ganzen blauen hätte ich einfach wieder wegbringen sollen. Und dann dafür noch ein paar rote holen. Okay, dann gucken wir mal, was passiert. Okay, das nutzt den Scheiß. Ihr sollt mitkommen, verflucht, wenn ich rufe. Was ist das denn da oben? Was zur Hölle? Ah, okay. Verstehe. Das ist irgend so ein heißes Teil. Das heißt, die roten sind ganz gut gewählt. Ach, verdammt nochmal. Warum hören die Säcke denn nicht auf mich? Okay, ich muss zuerst die Schnute nerven. Okay, weg da. Mitkommen! Säcke! Ja, super. Hat er genau getroffen. Ah, ich muss da einen rein drücken, weil dann in seine Nase sozusagen, in seinem Nasenloch... Mitkommen! 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 Immer noch mitkommen! Heute noch. Weil dann in seinem Nasenloch etwas steckt und dann wird er grantig. Okay. Und vor allen Dingen, er wird auch wieder wieder beliebt von alleine, so irgendwie. Scheiße! Das ist so knapp. Na los, kommt ihr Säcke. Achso, wenn er saugt. Ah, verdammt. Oh, super. Mitkommen! Alter, ich könnte... Alle... Drauf, trauf, trafuick, trauf, trauf, rouf, trauick, 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 trauick! Das reicht wieder nicht. Oh, ich könnte die Krise kriegen. Leck mich doch an. So, ihr Säcke kommt alle mal her. Ach, auf die blauen gehst du drauf. Allt, danke. Ich war zu langsam. Scheißen, Dreck. Ich krieg... Ich will jetzt auch die Kutzen rein. Och, Mann. Ich bin so dumm zum Treffen. Das gibt's doch nicht. Ja, leck mich doch an. So, jetzt... Bis ich so weit bin, das kannst du vergessen, ey. Jetzt, meine Fresse, nee. So, jetzt aber Prof hier. Jetzt trifft er auch. Oh, Himmel noch eins. Und ich hab wahrscheinlich nicht genug, ne? Doch, hätte ich sogar da hinten das Ding. Wie viel braucht das? Und nun mein Strahlenschutz. Herr, verwandle ich starken Strahlungen an, welche... in weiche Strahlen, die harmlos sind. Deshalb werde ich wie ein Baby schlafen, wenn ich dieses Teil installiert habe. Gut. Wie viel braucht man? 30, okay. Wofür hat er hier getiltet? Okay, ich hab nur 1,20. Toll. Das reicht nicht. Scheiße, Drecke. Ja, dann greif du wenigstens das hier. Du sollst greifen! Ach, dann leg mich. Doch, ja. Wenigstens hab ich das an einem Tag geschafft. Ich bin nicht drauf, glaube ich. Hätte das heute lassen sollen. Was macht ihr, Säcke, jetzt wieder hier? Habe ich euch wieder verloren. So, dann geht das ein bisschen schneller. Achso, ich wollte mich reparieren, deswegen. So, mitkommen. Ah, denk dran. Ich komm da nicht durch, ne? Okay. 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 So, mitkommen. Das war mein eigener Cursor. Äh, der war definitiv leichter. Habe ich viel schneller rausgekriegt, wie man das macht. So, haben wir alle. Ne, haben sie alle. Unfassbar. Da stehen noch irgendwo welche rum. Pass auf, dann gehen wir noch ein paar killen, oder wo? Hier, glaube ich, ne? Haben noch ein bisschen Zeit, deswegen. So, sind sie wieder abgelenkt von dem Vieh. Wo ist denn der? Sind sie abgehauen? Ne? Warte, warte, warte. Ich dachte schon, ich hätte wieder welche verloren. Also, verlieren mag ich gar nicht. Im Sinne von, wenn sie irgendwo verschollen gehen. Aber wenn sie durch einen Kampf getötet werden, ja, dann sind sie von der größten Sache gestorben. Ich werde ihn später genauer untersuchen, um sicher zu gehen, dass er unbeschädigt ist. Hätte er lexen, also, ja, ein Leck. Hätte er lexen, wäre ich in ganz schönen Schwierigkeiten. Also, wir haben 17 Teile. Tage an Tag 16 ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also, ich habe auch noch Zeit zu machen. Ich habe auch noch ein paar Abbilder. Da bin ich nicht ganz gut. Ich bin ja auch weiter sahzulich. Und das ist ein Weiß ? Ich bin ja auch ein Aas. Und das ist ein Weiß. Und das ist ja kein Beispiel. Und das ist ja ein paar Weise. Okay. So, ich sehe nichts. Ich ärgere mich meiner eigenen Ob meiner eigenen Unfähigkeit Ach so, komm Ihr dürft da noch ein bisschen dran Obwohl, ne, ihr habt ja schon So, die Papiertüte haben wir gemacht Ich hab schon wieder rote dabei Die nicht reingegangen sind So, jetzt mal flott gucken Ob noch irgendwo einer fehlt So, ich geh nur mal flott schauen Ob da irgendwie was neu gespawnt ist Ja, der wäre neu gespawnt Die kommen da auch zu nah dran vorbei Das heißt, ich muss den töten Was ist hier los? Hier wären gar keine gewesen Ja, super So, dann lade ich mal kurz da durch Wie ist denn das? Sind da jetzt schon wieder welche, die hier rauskommen? Okay Hier ist nix Okay, hier wäre einer Tatsächlich drei Habe ich tatsächlich Einen nicht von drei gemacht Schön Das wäre jetzt auch nicht Großartig ein Problem geworden, ne? Hätte ich jetzt eigentlich noch Auf den letzten Drücker Hätte ich machen können, oder? Hätte ich machen können Mache ich jetzt den 15. Tag nochmal komplett? Oder den 16. Tag nochmal komplett? Eher den 16. Tag? Eher den 16. Tag? Eher den 16. Tag? Den 15. Die zwei blauen Vögel Das reicht mir gerade Das reicht mir absolut Wenn die jetzt auch nochmal aufgetaucht wären Dann hätte ich tatsächlich den kompletten 15. nochmal gemacht So Und zwar Jetzt gehen wir erstmal Weg frei machen Okay Plus Die Welche das Tor niederwalzen Achso Da ist ja gar nichts Das kann man ja da schnell mal Hier hinbringen Und dann kann ich die anderen immer noch schmeißen Ja, helfen Ah, da ist ja noch einer Shit Ach, da ist ja noch so einer Ach, shit Sind die alle nochmal zurückgekommen Durch den blauen mitgeschmissen Ey, geil Okay Die robben hier jetzt gut was weg Gut Gut So, die blauen hier dürfte dann doch noch helfen, damit das hier ein bisschen flotter geht Gut Gut Also, sobald er sich in meine Richtung dreht, versuchen die aus der Schusslinie zu bringen Und sofort zu schmeißen, weil er, wenn er schon ansaugt, dann ist es ja schon fast zu spät Da muss hier schon einer von meinen in der Luft sein Ach, du Schanel, jetzt kommt er auch noch in meine Richtung Und ich muss die blauen vor allen Dingen von der Tür weg tun, ne? Der Sack hat ja durch die Tür durchgeschossen Oh, hier Ja, super Danke Genau so wollte ich es nicht Okay, ihr dürft hier stehen bleiben Wenn die mit 30 Mann kommen und das Zeug bringen Und durch euch durchlaufen, dann habt ihr die Möglichkeit mitzuhelfen beim Tragen So Radada Zungen Jetzt dreht er sich von mir weg, die Putz Warum hat denn die Schande wieder nicht funktioniert? Ach man, ey, ich könnte doch die Kotze kriegen Es gibt es doch nicht Warum? Ich kriege echt einen Anfall So, noch jetzt Also jetzt ist mir es auch gerade egal So Ich wollte nämlich von der Schnute wegbleiben, aber jetzt war es mir gerade wurscht Man muss nur frühzeitig halt Frühzeitig halt drauf pfeffern Und dann geht das schon Ja, dann hat er auch keine Chance Dings zu schmeißen Im Fels zu schmeißen Ah, Glück Man muss auch mal Glück haben Okay Das packen sie nicht Die packen es nicht Warte mal Ich muss doch noch ein paar blaue holen Okay Bitteschön helfen Das ging um einiges flotter So Warum helft ihr jetzt da nicht bitte mit? Geht doch Hängt hier noch irgendeiner dumm rum? Ne Ey Was ist denn mit euch? Knallschargen Könnt doch helfen So So Und die helfen auch alle mit Die sind sogar alle mitgegangen Ach, perfekt Perfetto Das gefällt mir So Ich hole mal ein paar hier raus Dann bleiben die auch tatsächlich drin Drinne So Gut Ihr seid alle hier Ihr könnt doch ein paar mithelfen, glaube ich, oder? Ja 50 Okay Sehr schön Wer schleppt es für den blauen? Das macht Nö Haben sie es doch anders überlegt So Bitte lasst jetzt die alle da drin Kleine raussprotzen Warte So Okay, ist ein bisschen übertrieben Ah Schande Da ist ja noch einer dazwischen Boah Okay Dann doch 70 Und 30 nehme ich mit Um Der, der da dazwischen hockt Zu lynchen Also Alle drauf Es kostet jetzt wahrscheinlich jede Menge blauer Weil die nicht so geil im Kämpfen sind Aber das ist mir jetzt gerade egal Ach, scheiße Das dauert Gut Nein Finger weg Und Das dauert Ich Du hilfst da noch. Und ihr müsst jetzt alle diesen einen da klatschen. 47 habe ich nur dabei. Von den 60, also irgendwie ist das ständig Verlust hier. So, Finger weg von der Blume. Entweder sind welche da runtergefallen oder... Ohne Witz! Und ich rufe natürlich welche von dahinten. Das war jetzt so total unnötig. Seid ihr da? Sehr schön. Verdammt, bin ich doof. Die armen Viecher, die können ja nur so verarbeiten, wenn ich ein bisschen was geballt kriege. Und das ist nicht so wirklich der Fall. Naja, super. Jetzt rennen zwei schon wieder hin, ey. Die, die ich gerufen habe. Was machen sie? Hören nicht auf mich. Könnte ich die... Warum treffe ich wieder das... Den Kopf nicht? Ja, jetzt... Jetzt doch, oder? Ich hätte auch versuchen können, da wo er auftaucht, die alle hinzuschicken. Dann wären die von alleine am Kopf hängen geblieben, oder? Gut. So. Haben wir jetzt genügend? Ah, der Geigerzähler. Jedes Schiff benötigt einen Geigerzähler. Aber wozu er dient? Weiß ich nicht. Aber dann bewegt sich der Zeuge wild hin und her und ein lautes Geräusch ertönt. Aber das beachte ich nicht weiter. Ich finde das Gerät ziemlich überflüssig. Andererseits sollte ich mir vielleicht doch die Anleitung durchlesen. Ja, kennen wir irgendwann. So. Ich nehme das Ding mit. Und... Ja, hier. Tun. 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 Okay. Ihr seid hier unten. So. Bitte helfen. Sag bloß, das ist jetzt wirklich... Das fehlt jetzt. Einer fehlt, oder was? Nee, tatsächlich. Einer fehlt. Ich krieg den Motten. Ich krieg den Motten. Ich krieg den Motten. So. Ich brauch... 2, 3, 5 von euch. Sehr schön. Du hilfst. Leckfett. So. Fehlen irgendwo welche? Äh... Nö. Okay. Gut. Gut, dann haben wir hier 100%. Meine Güte. Das war eine schwere... Schwere... Wo bin ich? Hier lang. Oh, das war vielleicht eine Sache. War ein bisschen frustig, ehrlich gesagt. Aber... Kann nur schwieriger werden, ne? Geigerzähler. Geigerzähler. Dieser geschäftige Geselle gibt ein andauerndes Klick-Klack und ein Knarzen von sich. Das ist manchmal recht nervtötend. So, wie ist denn das? Wofür haben wir denn jetzt insgesamt? Von den blauen brauche ich doch, ne? Von allen brauche ich wahrscheinlich. Ich glaube von den roten eigentlich nicht so. Die gelbe hatte ich jetzt gar nicht im Blick. So, jetzt wird tunlichst Viehzeug rausgeholt. Damit hier der ganze Käse nicht hier bleibt. Was ist denn mit euch hier? Habt ihr was besseres zu tun? Also... Warum habt ihr jetzt dagegen die Wand gekloppt? Was? Einfach so. Weil... So. Alle mitkommen. Wir kommen hier nämlich nicht mehr her. Hier ist 100%. So. Nochmal. Haben wir alle. Ja. Oh. Der eine flatscht mir wie... Gut. Also nochmal. 402. Ohne... Blaue brauche ich. Blaue brauche ich definitiv. Da weiß ich auch gar nicht mehr. Wo waren das? Eine gelbe Blume habe ich irgendwo gesehen. Eine rote Blume. Eine blaue hatten wir noch nicht, ne? Ich bin froh, dass ich aus dem Gebiet jetzt raus bin. Definitiv froh. Ach, das ist das Knick-Klack oder was? Hä? Heidewitzka. Tag 17, 18 Teile. Passt. Passt. So. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Gut.